Florian Silbereisen gibt Beatrice Egli ihren Verdienst für die Hochzeitsvorbereitungen. In letzter Zeit zeigen die Nutzer der sozialen Netzwerke großes Interesse an den Informationen, die Florian Silbereisen im Online-Chat des Sängers mit seinen Fans erwähnt hat. Florian Silbereisen und Beatrice Egli sind seit jeher im Fokus der Community. Zuletzt wurde bekannt, dass bei den humorvollen Bildern, die Florian Silbereisen in den sozialen Netzwerken postete, mit dem Inhalt, dass es ab sofort kein Geld mehr zum Spielen gibt. Ich schätze, ich muss einen schwarzen Fonds aufbauen. Diese Worte von Florian Silbereisen haben eine tiefe Aufmerksamkeit des Publikums erzeugt. Die Leute wollen immer, dass Beatrice Egli diese Dinge hat. Und vielleicht wollte Beatrice Egli das auch schon lange. Florian Silbereisen sagte, dass er schon immer versucht habe, sein Bestes zu geben, nicht zuletzt aufgrund seiner Leidenschaft für das Singen. Florian Silbereisen möchte sich der Musikbranche widmen und den Zuhörern ein einzigartiges Erlebnis bieten. Auf der anderen Seite teilte Florian Silbereisen auch ehrlich mit, dass das Singen in den vergangenen Jahren für ihn die Haupteinnahmequelle war. Die Veröffentlichung wertvoller neuer Songs und leidenschaftlicher Darbietungen von den ersten Tagen seines Debüts bis heute haben Florian Silbereisen nicht nur Ruhm und Bewunderung eingebracht, sondern ihm und seiner Familie auch zu einem erfolgreichen Leben verholfen, obwohl seine Familie nur noch zwei Kinder hat. Ein weiterer Grund, warum er immer hart arbeitet, ist, dass er möchte, dass seine Mutter nicht hart arbeiten muss, um sich um ihn zu kümmern. Seine Mutter ist eine wunderbare Mutter und verdient ein gutes Leben, wenn sie das mittlere Alter erreicht hat. Die Online-Community war auch daran interessiert, Florian Silbereisen zu hören, warum er zur Arbeit gegangen ist, damit er später seiner Frau Geld zurückbringen kann. Ein lustiger und tröstlicher Scherz, wenn Florian Silbereisen mit seinen Fans plaudert. Auch an diesem kleinen Detail erkennt man, dass Florian Silbereisen der Inbegriff eines zarten und verantwortungsbewussten Mannes ist. Für Florian Silbereisen war die Sorge um die Familie schon immer eine äußerst notwendige Aufgabe, die jeder Mann in seinem Leben an die erste Stelle setzen muss. Aufgrund dieser Aussage riefen die Fans den Namen von Beatrice Egli, jetzt seine Freundin. Seit der offiziellen Bekanntgabe ihrer Beziehung haben Florian Silbereisen und Beatrice Egli die der Online-Community immer wieder ein verrücktes Gehalt vor der Süße und Liebe beschert, die die beiden füreinander haben. Im Moment sind die beiden zwar beruflich sehr ausgelastet, dennoch zeigen Florian Silbereisen und Beatrice Egli, dass ihre Liebesbeziehung noch immer bestens gepflegt wird. Nicht nur das, Internetnutzer spekulierten auch dreist, dass die Ehefrau, die Florian Silbereisen im vorherigen Talk erwähnte, Beatrice Egli war. Doch zum nächsten Mal.